Wusstet ihr, dass es ein echtes Tor zur Hölle gibt? Ein immer brennendes Loch, das niemals erlischen kann? Wenn ihr dies nicht wusstet, dann ist es nicht verwunderlich, weil es ziemlich seltsam klingt. Doch in Turkmenistan gibt es tatsächlich einen gigantischen Krater, der seit 50 Jahren unaufhörlich brennt, eine Flamme im Inneren hat, die einfach nicht ausgeht. Der Grund dafür ist folgender. Es gab einmal an diesem Ort Bohrungen, die schiefgelaufen sind, wobei ein gigantischer Krater entstand und Methangas eben aus diesem Krater seit nun Jahrzehnten herausströmt. Dieses Methangas versuchten sie anzuzünden, um es zu beseitigen, doch damit sorgten sie nur dafür, dass dieses Loch für immer anfing zu brennen und das Methangas sich entzündete. Dieses Tor zur Hölle sieht extrem gruselig aus und manche Leute meinen tatsächlich, die Stimmen vergangener Menschen in diesem Loch gehört zu haben. Es brusent Energie Pepper